Wer es bis in das Dörfchen Invery im Westen Schottlands geschafft hat, wird nicht nur mit einem Blick auf die spektakuläre Landschaft belohnt, sondern auch mit kulinarischen Genüssen. In dem Dorf mit gerade einmal 90 Einwohnern liegt der Old Forge Pub, bekannt als das entlegenste Lokal Großbritanniens. Denn Invery erreicht man nur entweder per Schiff oder nach einer zweitägigen Wanderung durch die Highlands. Der Pub in einem schlichten Gebäude aus dem Jahr 1880 ist eine Institution. Es ist mehr als nur ein Pub und ein Ort, wo man isst und trinkt. Ich denke, er ist ein Dreh- und Angelpunkt für die Gemeinde, wo man sich trifft. Ein Ort, wo Einheimische und Besucher sich begegnen. In meiner Kindheit spielte er eine wichtige Rolle. Kinder waren immer willkommen. Wir feierten Geburtstag und Halloween und solche Sachen dort. Doch nunmehr gibt es Streit und die Einheimischen meiden den Pub sogar. Vor zehn Jahren übernahm der Belgier Jean-Pierre Robinet das Gasthaus, seine gehobene Küche und die gehobenen Preise stoßen den Bewohnern von Invery sauer auf. Sie werfen Robinet vor, mehr die Touristen als den Ort im Blick zu haben. Zudem ist der Pub im Winter geschlossen, ausgerechnet dann, wenn er am meisten gebraucht würde. Robinet schmeißt jetzt das Handtuch und will den Pub verkaufen. Für umgerechnet knapp eine halbe Million Euro. Die Dorfgemeinschaft wittert eine Chance und will versuchen, das Gasthaus selbst zu übernehmen. Robinet, der unter anderem den Brexit für seine Entscheidung verantwortlich macht, wäre das recht. Ich halte es für eine gute Idee, dass die Gemeinde den Pub kauft, wenn sie nur auf dem Boden bleiben und verstehen, dass ein gutes Geschäft heutzutage mit gutem Essen kommt, nicht nur mit Getränken. Und es ist wichtig, Touristen so gut zu empfangen wie Brüder oder Schwestern oder Nachbarn. Die Gemeinde setzt jetzt auf Crowdfunding und Unterstützung durch die öffentliche Hand. Wenn der Plan gelingt, soll der Pub auch wieder im Winter öffnen. Ich halte das Geld.